wie deren einheiten im prinzip total viel effektiver sind weil sie halt nicht irgendwie technisch dings machen müssen so warten bis das ding mal auf ein wo sind wir auf der hafen das ist bildung 5 6 das auch ein das ist eine dekulation ich muss einfach mal gucken was passiert okay gar nichts okay mission fehlgeschlagen gar nix mission fehlgeschlagen nachricht das ist einfach neustart der mission ist das richtig ist das richtig das möchte jetzt klar ehrlich sagt nicht laden wir einfach mal keine mensch wissen dass das extra so komisch markiert ist kann doch kein mensch wissen aber mal alles in die luft springen wozu einnehmen einfach alles in die luft springen in der realität wozu reden einfach in die luft springen das ist das überhaupt sich gelingt nix der hafen das forschungslabor hier so wie bei kein hafen brauche ich das dann noch ich kann den hafen nicht finden also so ein konzert stattfinden ein hafen konzert was ein hafen konzert also ganz gut schlichte wortwitz abgehakt die musik ist gut die musik war da ist der hafen und werft ich soll doch nur den hafen einnehmen jetzt so eine weg sind jetzt noch gekillt und habe ich kein geld mehr neu zu wohnen war hier nicht noch ein turm ich erinnere mich richtig momentan noch weggeräumt musik nicht den sogar nach ins alle gebäude zerstören das spiel hat mich müde gemacht momentan wo kommen die jetzt noch her ich glaube wir kommen aus dem forschungslabor das könnte sein dass sie noch im forschungslabor waren ja gut nehmen wir mal ne ich glaube sieben ist es besser gelaufen als beim letzten mal im letzten mal wobei auch bei der letzten welle was schönreden ich bin diesmal viel viel besser obwohl ich bin noch beschissen bin als beim letzten mal und ich glaube ich mache nachdem jetzt am schluss ich kann nächste woche noch mehr auf zu sein 40 spielen ich kann noch mehr davon spielen ich muss meinen hafen einnehmen funktioniert hier ja auch nicht dass sie die teleportieren ist hier noch was hier muss bauen russ 3 könnte ich bauen nicht geld hätte habe ich aber nicht so baue ich es auch nicht warum nehme ich überhaupt den hafen ein ich glaube es hat irgendeinen Tiva geliebenden Stichgrund gehabt ich kann mich nicht mehr daran erinnern welchen völlig vergessen warum ich diese Mission mache passt schon aber einfach weiter so ein Ziel erfüllt ja easy dann kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern dass man da wirklich auswählen konnte das habe ich beim letzten mal genommen weiß das jemand was soll ich denn dieses mal nehmen nehme ich england oder nehme ich Afrika oder dort eine Upa soll der Chat mal entscheiden also wenn der Chat überhaupt noch ist wahrscheinlich auch schon schlafen gegangen Chat ist auch schon schlafen gegangen sehr gut ich weiß gar nicht was habe ich denn das letzte mal genommen was sollte man als nächstes nehmen das ist auch die Frage was wäre denn da so vom Niveau her hat das einen Unterschied Brexit ich glaube das ist hier schon passiert aber scheinbar soll ich england nehmen kann man das nochmal wechseln kann ich hier speichern kann ich hier speichern hm schwierig schwierig gerade ne dann nehmen wir halt england schreibt sonst keiner was schreibt 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 ich glaube das habe ich Großbritannien hat das Nachteil dass es eine Insel ist sie landen in der Westkünste England oh Gott das habe ich auch beim letzten mal genommen oder ich glaube ja möglichst weit von den feindlichen Stellungen die sich das Stirn ein bisschen entfernt nichtsdestotrotz wird diese Aktion kaum unentdeckt bleiben in diesem Moment bekommen sie einige Tigersaus wie eine Spider-Kampfeinheit zu sehr halten sie MCUs für alle wichtigen Gebäude viel Glückkommand keine Ahnung was du das letzte mal gewählt hast ich glaube es war auch in England das kommt mir so schrecklich bekannt vor das ist jetzt gerade äußerst unangeneh oh Gott ja hm ja ich glaube ich habe was habe ich denn da alles Miene Evitech Kraftwerk Hauptgebäude Raffinerie 6 6 Deppenfactory so ja ja und hier unten habe ich mich ja ich erinnere wow das hat sie so heftig eingebrannt ich kann mich noch erinnern dass ich hier unten meine Basis gebaut habe ich konnte hier glaube ich auch nur von oben angegriffen werden ne mal kurz hier erkunden bevor ich ich glaube das war so im Moment jetzt noch hoch um sie nochmal in näher erkunden aber ich meine mich zu erinnern dass das ist ja ich glaube auch hier ist jetzt mein Terrell ausgegangen scheiß textile nein doch nicht ich weiß nicht mal konnte die da aus der hellen Richtung kommen ich lass sie mal machen und guck mal kurz nein könnte ich mich wieder da unten aufbauen nein könnte ich mich wieder da unten aufbauen ich glaube die könnte aus ganz vielen anderen Richtungen auch noch kommen ich glaube die könnte aus ganz vielen anderen Richtungen auch noch kommen ja nur rein und das halten scheinbarlich doch da oben hallo Basis ja hallo ganz schön wenig los ok ne das zurück ganz schön viel los dann kannst du nicht überlaufen oh Gott da kommen sie schon wieder Laserpanzer oh mein Gott wie viel die fetten Sachen die haben Laserunterge... ach komm ok das wird noch äußerst unlustig hier fährst du nicht eigentlich mal so schnell aber ja ich meine mich dran zu erinnern hier kann ich mal hier zurrücke eiern ich hab schon mal wieder Ziel genau das gemacht was ich beim letzten Mal gemacht habe ne Menge Scheiße wo ist denn meine Mine und wo ist denn die Daffenerie ich bin der Meinung ich hätte die Daffenerie auch schon da runtergelegt hier schicken ich bin mal richtig schön mittig da drauf wo muss der genau jetzt da rein fahren danke jetzt sind sie immer nicht alle im Weg jetzt mal nicht so du bist ein Kraftwerk kannst du mal da weg gehen kannst du da mal weg gehen hallo rede mit dir oh schlimm was bist du denn noch? Heavy Tech fahr mal nach da oben du musst dein Kraftwerk auf der zweite Nacht da weiter nach oben komm schon ich brauch dich äh ähm Moment kannst du das so seitlich aufnehmen ich hab das möglicherweise etwas eng gebaut ähm 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 du kannst das jetzt dann nicht auf oder kannst du das aufnehmen ich weiß es nicht du kannst das aufnehmen ich weiß es nicht wo ist das Labor ganz schnell du kannst das aufnehmen okay alles gut da noch zwei da noch zwei da noch zwei schnell mal befüllen hier das Forschungszentrum dahin okay rein da okay alles gut ihr kannst noch aufnehmen dann ist alles gut ich will mein Kraftwerk noch gar keinen oh Gott okay alles in der Kontrolle spider hat alles noch unter Kontrolle also darf ich dich mal möchte ich hier irgendwo aufbauen hier zum Beispiel hier ist gut dass die aufbauen und dann erforscht mal ganz schnell Zeug so was passiert was da noch rein nix mehr nix mehr brauchen wir noch fünf nein ja ihr dürft dann da auch rein fahren dann bleibt mal bitte zusammen ne das fände ich ganz geil wie zusammenbleiben würde so das ist voll das ist voll das ist noch nicht voll so so Forschung wie sieht's aus nuklearantrieb das kann ich schon bauen ich will nicht wieder die hellmaker bauen die sind scheiße ich bin mir ziemlich sicher diese Mission auch schon gespielt zu haben ich bin mir ziemlich sicher diese Mission auch schon gespielt zu haben Pause mir noch 3 voll voll da fehlen noch die 3 da fehlen noch keine da fehlen noch wo kann ich jetzt noch 3 rein stopfen da da so vor Raketenantrieb ach ist noch ein bisschen langsamer ich habe dieses Jahrtausend nix mehr vor WDP vermutlich ein Pfebienfahrzeug oder sowas wie es aussieht ja komm doch ja große Plasma wir bauen mal so ein paar Rassault Dinger so fünf Stück und dann will ich will ich auf Plasmas schon umsteigen ich weiß es nicht erstmal gucken ob ich auf Plasmas das dauert erstmal erforsche Grohallen schön wenn so eine Zeichen nicht funktionieren nein zurück kommando zurück kommando zurück kommando sofort zurück das ist irgendwie schlimm in der Erinnerung kann nicht sein dass es so leicht war wir sagen dass ich das mission pack installiert habe oh gott jetzt liegt es auch daran dass ich fein noch gar nicht richtig angefangen hat fein zu sein ich könnte dann liegen ja das könnte dann liegen ja hmm brauchen wir noch fünf kosten nicht so viel Ja, super schön.